Es wäre eins Leute heute Vormittag mit einem Mann, der als Roland Wildgruber vor 60 Jahren auf die Welt gekommen ist, der schon sehr lange einen ganz anderen Namen hat und der heißt Bante Nyanabodi. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen. Guten Morgen. Wie ist die richtige Anrede? Bante ist total okay. Heißt? Bante heißt so viel wie ehrwürdiger Bruder. So würde es ich übersetzen. Nyanabodi? Nyanabodi ist auch okay. Heißt so viel wie, ja, ist mein Mönchsname und heißt so viel wie die Erkenntnis der Erleuchtung. So ein bisschen das Ziel meines Weges. Und wenn wir gerade bei der Begriffsklärung sind, dieses Waldkloster, das ich vorhin angesprochen habe, Mettavihara heißt? Mettavihara ist bedingungslose Liebe und Vihara ist ein Verweilungsort, eine Verweilungsstätte. Also es ist der Ort zum Üben der bedingungslosen Liebe, also das eigene Herz zu entfalten, mit anderen Worten. Das klingt nach einer wunderbaren Kombination. Wie ist es heute für Sie, wenn Sie die Welt so erleben, wie sie halt nun mal ist, außerhalb der Klostermauern? Was sehen Sie und wenn Sie etwas sehen, sehen Sie es mit Neugier oder sehen Sie es eher mit Schrecken? Ich sehe, dass die Welt momentan sehr verwirrt ist. Und das macht mich eher ein bisschen traurig, dass wir in einer Zeit sind, wo so viel Orientierungslosigkeit da ist, wo alte Werte, die vielleicht die Menschen früher auch getragen haben oder in eine Richtung gegeben haben, wie sich die mehr und mehr auflösen und neue Werte eigentlich nicht wirklich da sind. Also so eine Unsicherheit, auch Zeit mit großer Angst, auch mit eben Orientierungslosigkeit. Sehen Sie das auch in den Gesichtern der Menschen? Ein Stück weit? Was ich oft in den Gesichtern der Menschen sehe, ist eine gewisse Unzufriedenheit. Und das ist schon eigentlich eigenartig in unserer Wohlstandsgesellschaft. Also es geht uns ja so gut, wie es noch nie einer Gesellschaft gegangen ist, materiell. Und gleichzeitig sind die Menschen ja sehr unzufrieden. Und das ist natürlich schon auch etwas, wo man hinterfragen kann, was stimmt da nicht? Oder wie kann das sein? Wie ist es möglich, dass trotz all diesem Wohlstandes so eine Unzufriedenheit da ist? Und das sieht man schon in den Gesichtern. Wenn Sie jetzt von Ihrem Domizil in den Allgäuer Bergen in eine Stadt wie Stuttgart kommen, stellen Sie dann auch fest, dass sowas wie Hektik, Geschwindigkeit, Stress zugenommen haben? Also ich bin jetzt erst heute Vormittag kurz reingekommen. Aber ich verfolge natürlich schon auch das Weltgeschehen. Also so ist es nicht. Wir sind da zwar abgeschieden in unserem Kloster, aber trotzdem kriege ich schon auch mit, was in der Welt vor sich geht. Und das denke ich, das wird jeder bestätigen, dass der Stress die Geschwindigkeit zugenommen hat. Obwohl, und das ist auch wieder sowas Interessantes, obwohl man ja all diese Erfindungen gemacht hat, damit es mal ein bisschen ruhiger wird, damit man mal ein bisschen mehr Zeit hat. Also zum Beispiel die Computer hat man ja dafür entwickelt, dass man mal ein bisschen mehr Zeit hat. Und eigentlich ist ja das Gegenteil entstanden. Bante Nyanabodhi, ein buddhistischer Mönch, der dieses Leben freiwillig lebt. Seit wie vielen Jahren? Seit 1993 bin ich Mönch geworden. Seit 1989 bin ich im Buddha-Hausprojekt. Okay, mit anderen Worten plus, minus 25 Jahre. Ein Leben, das doch die meisten von uns erstens nicht führen und zweitens auch gar nicht kennen. Was ist da das Besondere, das Auffällige? Eigentlich weiß ich gar nicht, ob es so besonders ist, muss ich sagen. Also ich führe auch ein relativ normales Leben, obwohl wir etwas abgeschieden leben in unserem Kloster. Aber ansonsten würde ich schon sagen, dass es ein relativ normales Leben ist, mit allen Höhen und Tiefen auch, mit allen Herausforderungen. Das ist eine Gemeinschaft, wenn ich das sagen darf, von acht Brüdern, Mönchen? Nö, vier Mönche und vier Laien, die in unserem Kloster leben und kommen immer wieder auch Gäste zu uns. Das Besondere ist vielleicht an dem Leben, dass eben die Priorität auf die Meditation ausgerichtet ist, die Priorität auf den Weg nach innen sozusagen liegt und nicht so sehr, wie es normalerweise in der Welt ist, wo man ja doch sehr nach außen orientiert ist und versucht dadurch, durch äußere Situationen glücklich zu werden. Das Mönchsleben hat damit zu tun, eine Situation sich zu schaffen, wo man möglichst gut nach innen kommt, um da wieder gute Situationen zu schaffen. Sie sind der Abt. Das bedeutet, Sie haben besondere Privilegien, besondere Aufgaben auch? Privilegien würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe genauso die gleichen Pflichten wie all die anderen in der Gemeinschaft. Besondere Aufgaben, ja, natürlich habe ich die Hauptverantwortung für das Kloster. Aber wir versuchen auch, eine Gemeinschaft zu leben, wo auch alle anderen eine Verantwortung haben und ihre Kreativität auch einbringen können. Also, sodass ich nicht jetzt da der einzige Macher bin und alles am Meer hängt. Welchen Stellenwert hat gemeinsames Beten, gemeinsame Meditation? Also, wir haben drei gemeinsame Meditationszeiten, jeweils eine Stunde. Also, sodass man sehen kann, das ist natürlich schon ein wichtiger Rahmen, den wir uns geben. Und das ist eben auch ein wichtiger Bestandteil von unserem Tagesablauf, dass wir immer wieder auch Zeiten haben, wo wir zur Ruhe kommen und wo wir zu uns kommen. Jeder von Ihnen hat ein eigenes Zimmer auch? Ja. Ist das wichtig und notwendig als Rückzugsraum auch? Also, ich denke, in der heutigen Zeit ist sowieso bei den meisten das Bedürfnis da, ein eigenes Zimmer zu haben, einen eigenen Rückzugsort zu haben. Es ist nicht mehr so wie früher in den Klöstern, wo diese Schlafsäle waren. Nee, ich denke, dass es auch wichtig ist, diesen Rückzugsraum zu haben. Und auch gerade für mich, muss ich sagen, also, ich habe lange Zeit auch im Hauptgebäude gewohnt und habe jetzt so eine kleine Kutte für mich. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich immer wieder auch die Möglichkeit habe, da mich ganz zurückzuziehen und für mich zu sein, da ganz zur Ruhe zu kommen, um diesen Teil von mir auch zu leben. Und das unterscheidet sich Ihr Leben sehr von einem Leben beispielsweise in einem katholischen Kloster? Das weiß ich nicht so genau. Das kommt auch nochmal darauf an, was für ein katholisches Kloster. Es gibt ja auch verschiedene Orden. Ich denke, Benediktiner Orden hat eine andere Lebensweise, wie die Kathäuser zum Beispiel leben. Die Kathäuser leben ja total zurückgezogen, also noch viel zurückgezogener, wie wir zum Beispiel leben. Also ich würde jetzt sagen, wir leben da so ein bisschen zwischendrin, zwischen Benediktinern und Kathäusern. Wir sind im Rückzug, aber sind auch immer wieder für die Leute auch da, begleiten auch die Leute, die zu uns ins Kloster kommen und versuchen halt so gut wie möglich, das Gute in die Welt zu bringen. Seit vielen Jahren buddhistischer Mönch, ein Mann, der als Abt einem Waldkloster in den Allgäuer Bergen vorsteht, der ein Leben führt in Bedürfnislosigkeit und in Zufriedenheit. Stimmt die Kombination? Manchmal. Manchmal stimmt es ja. Natürlich ist das Ziel, bedürfnislos zu sein und immer zufrieden zu sein, aber ich muss natürlich auch zugeben, ich bin auch ein Übender auf dem Weg. Manchmal gelingt es mir ganz gut, zufrieden zu sein und manchmal gibt es auch Tage, wo die Zufriedenheit auch nicht so da ist, wie ich es mir wünschen würde. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich es gerne an ein paar sehr konkreten Beispielen festmachen. Dürfen Sie Geld besitzen? Nein, wir haben kein Geld. Warum nicht? Ja, weil das Geld so viel Stress in die Welt bringt. Man muss sich einmal vorstellen, eine Welt ohne Geld wäre wahrscheinlich viel, viel friedlicher. Da brauchen wir alle viel Fantasie. Viel Fantasie und viel Vertrauen vor allem. Wir sind da vielleicht ein bisschen Vorreiter für eine Vision, die sich vielleicht einmal etablieren könnte. Ich denke, das ist momentan ziemlich offensichtlich, dass diese Geldwelt nicht gerade beglückend ist, sondern viel, viel Stress bringt. Dürfen Sie Autofahren? Der Buddha hat einige Regeln aufgestellt, was man darf und was man nicht darf. Aber vor zweieinhalbtausend Jahren gab es natürlich keine Autos. Insofern ist die Regel nicht aufgestellt worden. Ich bin mit dem Auto da, aber es ist an und für sich nicht üblich, dass Mönche mit dem Auto fahren. Dürfen Sie, weil Sie ja auch aus Oberbayern kommen, Gulasch essen und Weizenbier trinken? Gulasch dürfte ich essen und Weizenbier nicht. Also alkoholfreies Weizenbier schon. Aber bei uns, also das ist nicht nur für die Mönche, sondern auch für alle, die diesen buddhistischen Übungspfag gehen, ist Alkohol und Drogen kein Thema. Warum? Ja, weil der Geist eh schon vernebelt genug ist und man nicht noch zusätzlich was tun muss, dass er noch mehr vernebelt wird und noch mehr durcheinander ist. Und auch da wieder, wenn man so die Welt anschaut, wie viel Unheil gerade durch Drogen in der Welt ist und auch wie viel Leiden durch Alkohol auch in der Welt ist, also kann man das relativ gut nachvollziehen, dass das wahrscheinlich auch ein bisschen heilsamer ausschauen würde, wenn man Alkohol und Drogen, wenn das vermieden würde. Dürfen Sie in Urlaub fahren? Ja, kann ich schon machen. Machen Sie auch. Also es ist nicht so, das hört sich jetzt so ein bisschen, möchte ich ein bisschen gegensteuern, es hört sich so an, als wenn wir gar nichts machen dürften. Wir leben schon vielleicht ein Leben der Entsagung in Anführungszeichen. Aber im Endeffekt ist diese Entsagung nur auf Dinge ausgerichtet, die eben immer wieder einen großen Stress verursachen. Und insofern ist es gar nicht so schwer, diesen paar Dingen zu entsagen. Wir sind auch, obwohl wir kein Geld haben, sind wir sehr, sehr gut situiert und unterstützt. Das Buddha-Haus-Projekt wird von einem gemeinnützigen Verein auch organisiert, sodass wir da auch, es geht uns nicht schlecht. Dürfen Sie Fußball im Fernsehen angucken? Ich bin sogar, das ist eine meiner großen Leidenschaften, Fußball. Also ich bin da immer wieder auch dran, was da passiert im Fußball. Allerdings, wir haben kein Fernseher, insofern muss ich dann, wenn es wirklich ganz wichtige Spiele gibt, muss ich meinen Freund besuchen oder irgendwo zu meiner Familie fahren. Und irgendwie habe ich da auch ein ganz gutes Karma, dass ich so wichtige Spiele irgendwie auch immer mitkriege. Ansonsten sind Sie wahrscheinlich deshalb auch ein halbwegs glücklicher Fußballfan, weil 1860 München die zweite Liga gehalten hat. So ist es. Das ist natürlich ein richtiger Stein vom Herzen gefallen, dass die das wieder gepackt haben. Und leider muss man sagen, der Birovka, der Interimstrainer, der diese drei Spiele betreut und der einen richtig super Job gemacht hat. Und endlich mal wieder so mit einem richtigen Löwenherz bei der Sache war, der kann leider nicht weitermachen, weil er den Trainerschein nicht hat. Ein Leben als buddhistischer Mönch, bedeutet das auch ein zölibatäres Leben? Ja, das ist zölibatär. Also das, denke ich, ist auch die größte Herausforderung. Das ist wirklich eine Herausforderung. Da möchte ich auch gar nicht drum herum reden. Und letztendlich ist diese Herausforderung auch nur dann zu bewältigen, wenn man einen mindestens gleichwertigen Ersatz hat. Und dieser gleichwertige Ersatz ist natürlich in der Meditation zu finden. Das klingt so, als hätten Sie da am meisten mit sich kämpfen müssen, als es um die Entscheidung ging, in diesen Orden einzutreten und dieses entsprechende Leben zu führen. Ja, das stimmt. Ich hatte damals eine Freundin, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, war, finde ich, auch eine recht gute Beziehung. Und gleichzeitig war es so, dass ich diesen spirituellen Weg gegangen bin und sie ist ihn nicht gegangen. Und dann war es klar, das wird auf Dauer wahrscheinlich nicht gut gehen. Dann gab es eben diese besondere Situation, dass meine Lehrerin, die Aya Kema, nach Deutschland gekommen ist und sich bereit erklärt hat, in Deutschland auch zu leben. Und dann war eben die Frage, wer wird da auch da sein und mitmachen bei diesem Projekt. Und dann war für mich halt diese Frage im Raum gestanden, in dem alten Kontext zu bleiben oder eben diesen Schritt zu machen. Und das hat eben auch bedeutet, diese Beziehung auch zu beenden. Wie hat die Freundin reagiert? Es war ganz eine tolle Frau oder ist eine tolle Frau. Und wir haben es, denke ich, relativ gut hingekriegt. Aber es war schon auch mit Schmerz verbunden auf beiden Seiten. Wenn man eine solche Entscheidung trifft, ist das dann eine Entscheidung für, in Anführungsstrichen, die Ewigkeit? Oder kennen Sie auch heute noch Phasen von Zweifeln, ob das alles so richtig war? Oder möglicherweise auch Phasen, wo sie auch bestimmten Außenreizen dann auch ausgesetzt sind? Die Entscheidung trifft man. Normalerweise sollte man es treffen, dass schon wirklich eine lebensverändernde Entscheidung ist. Wobei es ist in unserer Tradition gar nicht so schwer, wieder die Mönchsrobe abzulegen. Das ist kein großes Ding. Es sind nicht so diese ewigen Gelübde, aus denen man dann nicht mehr rauskommt, sondern es ist relativ einfach, auch da die Robe wieder abzulegen. Haben Sie Mitbrüder erlebt, die genau das gemacht haben? Bitte? Haben Sie Mitbrüder erlebt, die genau das gemacht haben? Ja, das gibt es ganz häufig. Also vor allem, wenn es vielleicht auch aus einem Enthusiasmus heraus die Entscheidung getroffen wurde und dann noch gar nicht so klar ist, um was da wirklich geht. Das war bei mir nicht so. Ich war schon lange Zeit auf dem spirituellen Weg und habe dann diese Entscheidung auch getroffen, Mönch zu werden. Warum sind eigentlich diese beiden Dinge offenkundig nicht miteinander vereinbar, ein spirituelles Leben zu führen und gleichzeitig auch eine Beziehung zu einer Frau oder wem auch immer zu haben? Ich würde jetzt nicht sagen, dass das nicht miteinander vereinbar ist. Also das ist auf alle Fälle natürlich eine Möglichkeit und vielleicht für manche sogar die passendere Möglichkeit oder die stimmigere Möglichkeit. Aber es ist eben auch eine Möglichkeit, den Weg des Mönchseins zu wählen, um sich vielleicht noch einspitziger auf den spirituellen Weg einzulassen. Aber das ist keine Garantie, dass das dann besser funktioniert. Also da kenne ich auch einige Mitbrüder, wo ich eher sagen würde, für die wäre es besser, auch in einer Beziehung zu leben. Das wäre stimmiger. Es wäre eins Leute heute Vormittag mit einem Mann, der vor 60 Jahren in einem Dorf in Oberbayern auf die Welt gekommen ist. Ich vermute in einer nicht-buddhistischen Familie, Banteln Yana Bodhi. Ja, in einer katholischen Familie. Wobei, ich würde jetzt einmal sagen, meine Großeltern, die auch im gleichen Haus gelebt haben, hatten so einen kleinen Bauernhof auch dabei. Die Großeltern waren sehr spirituell, sehr religiös. Die Eltern waren auch katholisch, aber nicht ganz so streng. Dann hatten die Eltern Wildgruber, Sie, Roland, als einen Sohn, dann gab es einen zweiten Sohn, auch noch eine Tochter, die alle irgendwie dann auch ein bisschen in diese spirituelle Richtung gegangen sind, schon relativ früh? Ja, mein Bruder, der ist eineinhalb Jahre älter. Der ist, kurz nachdem ich auch mit der Meditation angefangen habe, ich habe so mit 26 angefangen und er, kurz darauf, auf einer Asienreise ist er auch mit der Meditation in Kontakt gekommen und hat dann auch angefangen. Meine Schwester, ein bisschen später, aber auch bald, war sie interessiert an dem, was die älteren Brüder machen. Sie ist zehn Jahre jünger wie ich und hat dann auch damit angefangen. Davor haben Sie sozusagen diesen ganz normalen bürgerlichen Weg beschritten, Schule, Gymnasium, Abitur, Wehrdienst oder Kriegsdienst verweigert? Kriegsdienst verweigert, ja, Zivildienst gemacht. Dann haben Sie angefangen zu studieren? Studieren, ja, Innenarchitektur in Rosenheim abgeschlossen, dann mit Freunden zusammen Landschaftsgärtnerei gemacht. Und ja, und dann kam eben diese Möglichkeit mit Aya Kema, die nach Deutschland kam. Das war Ihre spirituelle Lehrerin, eine Frau, die als jüdisches Mädchen, glaube ich, mit den Eltern vor den Nazis aus Deutschland weggehen musste. Ja, so ist es, ja. Wobei, was Sie gerade geschildert haben, hätte ja auch eigentlich in so einer Öko-Kommune enden können, oder? Hätte auch, ja. Ja? Ja. Es hat mit meiner Lehrerin zu tun, dass Aya Kema eben buddhistische Nonne war. Wenn Aya Kema vielleicht christliche Nonne gewesen wäre, dann hätte es durchaus auch sein können, dass ich dann den christlichen Weg weitergegangen wäre. Aber es war eben so, dass sie buddhistische Nonne war und diesen Weg, ja, berührend und klar erläutern konnte. Und dadurch war diese Faszination da, eben diesen Weg zu beschreiten. Was war, also diese Frau ist jetzt viele Jahre tot, was war das Besondere an dieser Aya Kema, die im bürgerlichen Leben Ilse Ledermann hieß? Ja. Also vielleicht, um diese Besonderheit auch zum Ausdruck zu bringen. Sie ist mit 14 Jahren eben von Nazi-Deutschland geflohen als Jüdin. Großteil ihrer Familie wurde umgebracht in Auschwitz. Sie ist dann nach über 50 Jahren, als sie schon buddhistische Nonne war, in das Land zurückgekehrt, wo ihr das größte Leid zugefügt wurde und hat den Menschen dieses Landes das größte Gut, das sie für sich selber entdeckt hatte, wiedergegeben, geschenkt, eben die Lehre des Buddha. Also anhand von dem kann man schon erkennen, was für ein großes Herz dahinter steht hinter dieser Frau, hinter dieser Nonne. Sie hat auch in der buddhistischen Tradition neue Wege, neue Lehrinhalte wieder neu entdeckt, die bis dahin nicht mehr praktiziert wurden. Also auch von dem her war sie ganz eine außergewöhnliche Frau und sie war eben eine große Mystikerin. Sie hat den Weg der Meditation auch auf eine Art und Weise erklärt, wie es, ich möchte sagen, nach wie vor einzigartig ist. Roland Wildgruber alias Bante Nyanabodi, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, ein buddhistischer Mönch. Mir fällt gerade ein, darf ich Sie fragen, was in Ihrem Pass steht? Wildgruber oder Nyanabodi? Beides. Der Hauptname ist nach wie vor Roland Wildgruber, aber der Ordensname ist Bante Nyanabodi. Und wie viele Menschen, die diesen Pass angucken, reagieren erstmal ein bisschen verstört? Wenn sie den Namen lesen, den Ordensnamen lesen. Die reagieren gar nicht verstört, weil die sehen ja, dass ich ein buddhistischer Mönch bin anhand von meiner Kleidung. Das haben Sie so klar und eindeutig gesagt, dass ich diese Kleidung jetzt fast noch ein bisschen beschreiben müsste. Das ist ganz in Braun gehalten. Das untere ist, glaube ich, so ein T-Shirt, so ein langärmliges. Ja. Oder? Nicht? Ja, doch. Und was ist das drüber, dieses Braun? Das drüber ist einfach ein Stück Stoff, der in einer speziellen Art und Weise getragen wird. Und wo es verschiedene Arten des Tragens gibt und auch verschiedene Farben gibt, je nach Tradition. Welche Art tragen Sie? Ja, das ist jetzt die Waldkloster-Tradition, wo eben so ein eher dunkles Braun auch üblich ist. Aber auch da gibt es wieder unterschiedliche Nuancen, je nach dem Land, in dem man auch ist. Das soll jetzt diese braune Farbe auch die Nähe zur Natur, zur Erde symbolisieren? Ja, ja. Es sind Naturfarben normalerweise, heute sind es natürlich chemische Farben, aber an und für sich soll es das symbolisieren, die Nähe zur Natur auch, ja. Was sind in Ihrem buddhistischen Leben die wichtigsten Begriffe? Erkenntnis, Erleuchtung, Liebe, Barmherzigkeit? Ja, alles. Vergänglichkeit. Vergänglichkeit. Das ist etwas ganz Wichtiges. Dann Frieden, denke ich auch. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Begriff. Anata, das Pali-Wort für Substanzlosigkeit, ist ein zentrales Thema in unserer Tradition. Ja, und das Ziel ist Erleuchtung, ja. Erleuchtung. Wenn Nicht-Erleuchtung 0% ist und die absolute Erleuchtung 100% ist, wie viel Prozent haben Sie aktuell? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht? Ich hoffe schon ein bisschen was, aber ich weiß es nicht. Aber bei 100 sind Sie nicht. Nee, leider. Ist das eigentlich ein kontinuierlicher Weg, dass man immer sukzessive weiser und erleuchteter wird oder gibt es da auch Rückschläge? Man hofft, dass man immer weiser wird und liebevoller und toleranter wird und friedlicher und großzügiger wird. Man hofft. Und es ist natürlich auch ein wichtiges Kriterium, immer wieder sich selbst auch zu untersuchen. Bin ich tatsächlich ein bisschen friedlicher, bin ich tatsächlich ein bisschen freundlicher, toleranter, nachsichtiger, liebevoller oder wäre ich eher missmutiger und unzufriedener? Also das ist schon wichtig, auch sich zu untersuchen, weil es ist kein Selbstläufer, dass man nur die Robe anzieht, Mönch wird und dann glaubt, jetzt entsteht der Weg von ganz allein. Heißt das, dass Sie auch solche Rückfälle haben, dass Sie manchmal dann unwirsch, aggressiv reagieren, auch auf andere Menschen? Auch wenn Sie es eigentlich nicht wollen? Selten. Ab und zu passiert es mir leider auch noch, dass ich so ein bisschen grummel oder ein bisschen frustriert bin oder so. Aber so richtig, dass ich einmal so richtig hasserfüllt bin oder so richtig negativ oder ärgerlich bin, das ist eigentlich, kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Ich hätte Sie jetzt gerade gefragt, wann waren Sie zuletzt so ärgerlich und so hasserfüllt? Weil Hass speichert sich ja im Gedächtnis doch ein bisschen ab. Kann mich gar nicht mehr so erinnern. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht auch immer wieder so am Üben bin oder nicht, also ich bin nicht immer gut drauf. Also das möchte ich nicht vorgeben. Und zwischendrin gibt es auch Phasen, wo ich dann auch mal ein bisschen so am Hadern bin oder auch mal unzufrieden bin, klar. Aber es ist bei Weitem nicht mehr so wie früher. Also da ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Bante Nyanabodi Abt, spiritueller Leiter des buddhistischen Waldklosters Metta Vihara in den Allgäuer Bergen. Um das ein bisschen zu präzisieren, das liegt irgendwo zwischen Kempten und Isni, ich glaube auf tausend Meter Höhe. Genau. Im Winter sind Sie eingeschneit? Im Winter sind wir eingeschneit. Da haben wir auch unseren Rückzug in den Winterretreat. Da können wir nur mit dem Skibob raus und rein fahren. Da ist der Weg total zugeschneit. Und dadurch bietet es sich auch an, dass wir in unseren Rückzug gehen. Sind Sie Selbstversorger mit einem großen Gemüsegarten? Nee, leider nicht. Das war immer so ein bisschen ein Wunsch von mir, Selbstversorger zu sein. Aber bei tausend Meter Höhe ist das nicht so einfach. Aber wir haben einen tollen Gemüsekeller. Wir decken uns im Herbst mit guten biologischen Gemüse ein. Und von dem Gemüse können wir dann einen Großteil des Winters auch leben. Auch wenn Sie selbst als Mönch ein bedürfnisloses Leben führen und selbst kein Geld haben, spielt Geld natürlich insofern vermutlich auch für ein Kloster eine Rolle, weil man Ausgaben hat und da die entsprechenden Einnahmen braucht. Die kriegen Sie im Wesentlichen über die Gäste, die dann zwei, drei Wochen bei Ihnen bleiben, um Meditation zu machen? Ja, das ist so ein Experiment, das wir machen mit unserem Kloster. Unser Kloster ist auf Spendenbasis. Und eben auch da mal einen neuen Weg zu gehen, nicht einen festen Preis zu verlangen, sondern die Leute einzuladen, das zu geben, was sie gern geben würden. Und bis jetzt funktioniert es. Also interessanterweise auch diesen neuen Ansatz umzusetzen. Also da auch einen neuen Weg zu gehen. Wie schwer tun sich die Menschen, die zu Ihnen kommen, mit dem Loslassen? Extrem schwer vermute ich, oder? Ja. Wobei es ist unterschiedlich. Es ist je nach Typ. Also manche haben nicht so große Schwierigkeiten, manche tun sich extrem schwer. In der Meditation wird ja zum Beispiel empfohlen, als traditionelles Meditationsobjekt den Atem zu erleben und das Denken mal loszulassen. Und die meisten Menschen tun sich total schwer, einmal das Denken loszulassen und sich einmal dem Erleben hinzugeben. Geht es überhaupt, aufhören zu denken? Ja, natürlich. Wie geht es? Ja, indem man sich ganz auf das Erleben einlässt. Indem man sich ganz auf das bewusste Erleben des Atems einlässt. Sich dem Atem hingeben. Und der Geist kann zwei Dinge gleichzeitig machen. Je mehr wir uns dem Erleben des Atems hingeben, desto weniger Gedanken sind dann da. Und dann komme ich aber auch wieder problemlos in die alte Welt, in der ich wieder ganz normal denke, wie vorher auch. Kein Problem. Kann man auch Emotionen und Gefühle lernen, loszulassen? Ja, normalerweise sind wir ja in Bezug auf unsere Emotionen und Gefühle ständig am Reagieren. Die angenehmen Gefühle wollen wir behalten, wollen es verstärken. Die unangenehmen Gefühle wollen wir so schnell wie möglich loshaben. Und nicht auf die Gefühle zu reagieren bedeutet, um einen Raum zu schaffen, wo sowohl die angenehmen als auch die unangenehmen Gefühle da sein dürfen und vor allem auch die unangenehmen Gefühle dann die Möglichkeit haben, sich aufzulösen. Weil alles ist vergänglich, auch Gefühle sind vergänglich. Und wenn wir ihnen die Erlaubnis geben würden, dass sie sich auflösen dürften, ohne dass wir es immer neu wieder produzieren mit unseren Gedanken, dann würden sich die auch auflösen. Aber es ist eine große Übung. Das dauert lang, bis man das kann. Und erst, wenn man selber mal die Erfahrung gemacht hat, es ist wirklich möglich, dann entsteht auch dieses tiefe Vertrauen, diesen Weg auch gehen zu können. Was heißt Vergänglichkeit? Dass wir irgendwann tot sind und wir einfach ein Sandkorn in einer großen Wüste gewesen sind, was dann irgendwann keine Rolle mehr spielt? Das ist mit Sicherheit ein Aspekt der Vergänglichkeit, dass wir irgendwann alle sterben werden und wir das nicht wissen, wann das sein wird. Ein anderer Aspekt ist natürlich, dass ständig Vergänglichkeit da ist und wir ständig altern, dass ständig alles vergeht. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Empfindungen, unsere Sinneseindrücke, unsere Begegnungen. Auch jetzt sind wir schon fast wieder am Ende von dieser Sendung. Das ist auch schon wieder vergangen. Also Vergänglichkeit ist allgegenwärtig. Und die einzige Konstante im Leben sind wir selbst, auch wenn wir älter werden? Ja, was heißt Konstante? Wenn wir uns als einen fließenden Fluss sozusagen betrachten, na, könnte man sagen, ja, das ist eine Konstante. Aber die meisten Menschen betrachten sich ja als ein stabiles Etwas und versuchen ja die Vergänglichkeit sozusagen zu verdrängen, versuchen ja etwas stabil zu machen, immer da zu sein, immer Sicherheit zu haben, was nicht möglich ist. Und insofern ist, sich die Vergänglichkeit bewusst zu machen, wäre für viele Menschen eine große Hilfe, das Leben nicht so zu gestalten, wie es die meisten Menschen gestalten. Eben dieses Anhaften und Festhalten wollen und dadurch nur Stress zu verursachen. Wenn wir beide irgendwann sterben, was wird danach sein? Ich weiß nicht, was bei Ihnen sein wird. Ich weiß auch bei mir nicht, was sein wird. Ich hoffe, dass... Also ich habe, wenn ich das sagen darf, den Verdacht, dass hinterher gar nichts ist, weil ich meine, so viele Milliarden Menschen sind schon gestorben und keiner hat sich irgendwie in welcher Form auch immer noch mal gemeldet. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich denke schon, dass auf die ein oder andere Art weitergehen wird. Wie das sein wird, das wird man dann sehen. Also es macht für mich keinen Sinn, dass nach unserem Tod dann total Ende ist. Genauso wenig Sinn, wie es macht, wenn man sagen wird, wir sind von Null jetzt in dieses Leben gekommen. Das ist jetzt auch nicht. Der eine wird hier in Deutschland geboren, hat eben Glück gehabt, in so einem Land, in so einer Zeit geboren zu werden. Der andere hat Pech gehabt, der wird im Nahen Osten geboren. Also das macht alles keinen Sinn. Also das ist meiner Meinung nach ein karmischer Strom, wie wir das bezeichnen, am Wirken, der über das Leben hinausgeht und der auch vor diesem Leben auch schon da war und schon gewirkt hat. Aber vielleicht macht es doch Sinn, wenn man akzeptiert, dass das Leben halt verdammt ungerecht ist. Das Leben ist nicht ungerecht. Nicht? Ne. Warum? Also ich finde, das Leben ist total gerecht. Das Leben schenkt uns letztendlich die ganze Zeit Chancen, um Erfahrungen zu machen. Das Leben schenkt uns interessanterweise diese Möglichkeiten, die für unser Wachstum eigentlich ideal sind. Das Problem sind eigentlich wir, dass wir oft diese Chancen und diese Wachstumsmöglichkeiten nicht wahrhaben wollen oder nicht sehen können und dadurch eigene Ideen haben und dadurch in Schwierigkeiten kommen. Aber grundsätzlich, das Leben ist gerecht. Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich sehr, dass Sie bei uns waren. Ich bedanke mich sehr, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.